guten tag meine lieben freunde willkommen zurück zu art aber reichen und ich baue heute weiter an dieser kackbude weil die mir so auf den sack geht und willkommen zurück ich glaube ich habe irgendwie hunger das war doch meine anmoderation für die götter ich muss mal schnell ich habe gar kein hunger du bist du erst der stone hat mich gerade eben verlassen hat jemand irgendwie level was man bekommen kann ja 40 36 könnte was von mir zusammen machen ihr zwei aber bei mir kommt es nicht rein kommst du nicht rein kommst du nicht rein sogar noch eine kleine der sechser vier also dass der schwarze viere da ist sogar noch enge hat sich ja fast gereimt welches level hast du ich habe so ein bisschen 23 weiter gebaut ihr seht das schon mal hier oben wisst ihr könnt kann man ja nicht setzen ist ja logo weil das teil ja ist ja mehr oder weniger sagt einfach mal transparent aber wenn wir nachher das dach bauen dann wird sich dann da das problem lösen ich habe in lottica roti übrigens noch ein paar bauteile reinges müssen 15 waren das lottica roti man mal hier auf bis auf leben so ein bisschen tanken gehen ok wir brauchen noch mal noch mal so ein bisschen was von von irgendwie was so dass man jetzt noch nicht hier aber wir können wir uns hier schon mal zu machen und dann machen wir ich könnte ja eigentlich eine riesengroße strohdach bauen ich finde das strohdach ist eigentlich auch ganz nett ich messe das mal raus 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 die will ich im genie weg schmeißen da bin ich immer so geizig für ja ja so ich könnte direkt die dreieckigen schrägen machen die dreieckigen schrägen dreieckige mir fehlt bald oh shit geht aus checken wir das auch noch mal ab hier 14 können wir machen haben wir wenigstens 7 hier von 7 davon so 7 und 7 dann nehmen wir das mal das hier hin und das dahin und dann machen wir wenigstens schon mal die schräge das wäre müsste die schräge sein ist richtig wäre hier fangen wir erstmal von unten an ist mal besser so 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 ok wunderbar und hier so 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 und die letzte mal im sprung hätte ich mich natürlich jetzt mega drüber aufgeregt wenn ich jetzt eine wand dafür ersetzt hätte aber ihr wisst ja man muss es ja mal muss ein bisschen versuchen so 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 stimmt hier geht das nicht aus weil das das gebäude ja länger ist und deswegen kommt hätten wir so eine gerade wand hin vier würden sogar passen krassomania jetzt kommt wieder nein ich habe doch gesagt ich reg mich dann nachher drüber auf ich brauche zwei sogar habe ich natürlich keine keine materialien mehr mir fehlt nämlich wir gehen ganz gut da die pilze wirklich nicht abarbeiten ich weiß nicht wie wir eingestellt haben dass die gebäude nach spornen also ihr wisst schon die ressourcen nach spornen in der nähe macht keine roten jams mein freund so das nehmen wir wenigstens mal mit das kann man auch noch nieder klopfen hier so ein bisschen thatch brauchen wir wo ich sage die garotte welches level bist du level 16 ist ehrlich nur weil ich ein bisschen levels brauche grünes blut wir sind ja verwandt dadurch so habe ich eigentlich genug davon habe ich jetzt eigentlich genug könnte ich jetzt eigentlich schon so kraften ich hasse es wenn er und kann ich ja auch krass super typ super typ in den herger ein so versuchen auch wenn ich mich doch mal aufregen mache ich eine spitze oben drauf geht ja eigentlich gar nicht mehr kann ich nicht mehr kann ich muss dann oben so einen geraden schnüppel machen mache ich war ich ein strohtach so riesengroße strohtach oder aus holz ganz ehrlich habe keine ahnung so ein strohtach ist eigentlich immer ganz nett hier so als ich brauche keine wand könnte machen ich brauche und selbst wenn wir es gleich mal farmen mit dem schweig müsste der müsste eigentlich genug schnüppel machen die karotte kommt zwar mit wo ist der track hat er was rennen ein bisschen man kann es kann es eigentlich so stehen bleiben heute wird wieder ein bisschen gebastelt akuma ist auch wieder nicht da noch nicht da sehr schade aber dafür machen wir ein wenigstens was zusammen wir du und ich ja genau du du weißt ganz genau wem ich meine dich lass mich rein ich bin ups ups zu schnell oder gar oder alles kloakke so dass rein fungifut ist aber echt too much too much von allem das bleibt schön hier drin das brauchen wir ja nachher zum kraften das werden wir mal ganz kurz rausballern dass das 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 nicht das nicht das nicht das nicht das nicht das 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 und das so und das alles rein kriegen wir das rein kriegen also ein kringer ist ein wunderbar die garotte jetzt kannst du mal schnell mal mit gerade schon draußen so das ist doch schon recht ist ein ganzes ganze ganze kabelei von tieren hier drin ist alles da das tun wir mal ganz was weg was ist denn das für ein sattel ach so die akuma hat ja so einen coolen schweig sattel gefunden so rein da bämm könnt ihr vermisst die samen fressen so jetzt gehen wir erstmal ladekarotti anpfeifen trab an du klubstuhl alles banane du flaume so krass wie schnell der ist ja hör auf zu jumpen jump jump kris cross kommt ihr mit ladekarotti kommt geht hinter mir her wie sieht's aus hat's aber gut geskillt die akuma finde ich ganz gut die macht ja echt die geht ja echt ab wie ein zäpfchen aber ausdauer nicht so wie sieht's denn eigentlich aus mit aggressivität bei der der hier ist das ist neutral neutral sehr schön ich mag es wenn die eventiere schnell laufen ich hasse es wenn die so lahmgurken rumgurken das ist so ätzend der braucht ganz sicher mal ein bisschen stamina damit der ein bisschen auch mal ausdauernd laufen kann dreht die puste ausgehen faules stück was das ist das steht den ganzen tag nur rum mir fehlt ja der der hirsch der megaloceros meine meine tätschne tätschne oh das ist jetzt schon wieder müdigkeit so wunderbärchen guck ich eigentlich hoch ne junge 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 das muss ich akuma sagen dass die wenn die das nächste mal ein bisschen skillt dass sie hier auf ein bisschen auf stamina hier ausdauers killt das ist ja echt lahmarsch mit dem hier nehmen wir mal mit wenn wir schon mal hier sind dann nehmen wir den auch noch mit jetzt komm ich sag jetzt nicht die garotte steht im weg nein ich bin also ich habe jetzt in den letzten tagen wochen ziemlich viele dinosaurier games gespielt was ziemlich viele ich habe eben einige gespielt und ich muss ganz ganz ehrlich sagen args dinos sind einfach ultra cool guck dich das mal an wie geil der animiert ist der das ist doch es ist echt mega 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 guck mal wie schön der ist die spiegelung die hat sich der derjenige der programmierer hier echt echt mühe geben 1400 nur ist am witz ganz nichts aber erstmal hier entpfeifen die pfeife so ich nehme trotzdem was mit die karotte hat ja schon was intus das immer mit das immer mit und jetzt haben wir hier nach jahren das müssen wir noch mit so langsam langsam ich glaube wir müssen uns ein stego kraften wie mache ich das ich guck mal ich baue mal ganz kurz es wäre zwar schade einfach mal ganz kurz ne ihr wisst ja ganze materiale niederflöten gehen aber ich baue mal ganz kurz das hier ne das hier wie viel kann ich 50 stück weiter war eiskalt oh wer kommt denn da die akuma juhu und ich sag noch ich bin so ganz alleine und alle haben mich verlassen und die leute sagen schreiben bestimmt schon in die kommentare denkst du es mir so leid und da kommt die akuma rein das ist doch grad da und jetzt bist du da und das ist schön ich habe gerade eben eine aufnahme mit dem stone gemacht jetzt habe ich gerade eine halbe aufnahme mit mir alleine gemacht und lotti karotti und jetzt ist die akuma dazu gekommen ich bin nie alleine ist das nicht schön leute ich habe freunde sind wir freunde ja dankeschön jetzt hätte der stone hätte gesagt nein der grave hätte bestimmt gesagt halt die fresse wer bist du was bist du wird die karate ja 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 wir haben die übrigens auch alles verpasst ich habe gemerkt aber mein handy war auf lautlos und selber habe ich auch nicht auf die uhr geguckt das ist ein skandal mit ihr ja ja was auch ein skandal ist während meiner abwesenheit bei mir zu hause auf dem metalbacker server mich ein reaper king angegriffen hat oh ok und keine ahnung wie ich gelesen habe ist aber wieder inzwischen alles ok ei 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 ein reaper king apropos reaper king apropos reaper king das war diesen übergang für die götter ähm wie gesagt macht euch da keine sorgen das video kommt bald bald in die läden auf cd auf 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 venü gedruckt nein jetzt habe ich das falsch gemacht so viel gequatschen jetzt habe ich das falsch gebaut scheiße ja warum dreht die eigentlich ins pfff pf pffp pf 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 scheiß mod hier was ist denn das für ein Ah, du warst das? Ich habe nur gerade geguckt. Wieso springen die Leute die Karotte über die Mauerhosen? Ist kaputt, ey. Diese zwei Sekunden Stille gerade. Warum machst du an der Seite? Was hältst du für eine Idee von dem Strohdach? Finde ich voll süß. Wir hatten ja in der letzten Folge da hinten angefangen, ne? Ja, habe ich gesehen. Das ist irgendwie alles weg. Ja, wir hatten doch einmal ausgemacht, dass wir dort diese Cliff-Plattform hinsetzen. Ja. Und das wollte ich das doch noch machen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, kannst du mir mal Lotti Karotti bringen? Ich bin nämlich gerade so... Wo hast du den? Hast du immer noch draußen stehen? Ja, hier vor der Tür. Bring ruhig hier draußen stehe ich. Ich bin jetzt so ziemlich langsam gerade, weil ich etwas schwer mit... Also wie gesagt, der wollte dort was bauen. Habe ich gesagt, okay, du baust da deine Cliff-Plattform. Ist ja auch logisch, dass das Ding da am Abhang gebaut wird. Und ich mache hier meine... Unser Tierparkhaus hier hin. Mhm. Ich weiß, dass du nicht am Kopf einsteigen kannst. Nein, das kann ich mich nicht mehr bewegen. Lotti Karotti, komm näher. Komm doch näher. Potzau von Scheißvieh. Ich finde es immer so geil, wenn man... Folgt dir noch, pass auf, ne? Ja. Ich finde es immer noch super, wenn man sieht, dass man hier einsackt im... im Starro. Starro. Warum liegt der Stroh? Oh, was ist deine Maske? Was ist denn los mit dir hier? So, jetzt aber. Die Mod ist zwar ganz nett, aber ihr seht, dass der immer irgendwelche anderen Snap-Points sucht, die überhaupt nichts mit dem Scheiß-Spiel zu tun haben hier. Mhm. Kann sehr nervig werden. Ja, dass der das immer alles anders umsetzt. Sag jetzt nicht, du hast das jetzt falsch rum. Oh, okay. Wenn der Stone das Dach sieht, da sagt er bestimmt wieder was. Sagt er so. Hä? Hä? Bläh? Bläh? Könnte passieren, ja. Ich baue jetzt hier, aber, äh, dann sage ich, aber ich baue das ganz sicher nicht in unserer Flucht, in einer Flucht mit unserem Haus. Ah, du kannst ja Pillars setzen hier. Ich sag so, ich mach keine Pillars jetzt hier hin. Das wird so gebaut nach Pi mal Daumen. Aber Pi mal Daumen, das gibt's noch nicht. Das ist wie Jean Pütz. Jean Pütz. Der hat das auch immer so gemacht. So. Äh, und so. Und so. So, äh, äh, drücken hier wie ein Weltmeister. Jetzt baue doch. Warum snappst du immer in die Gegengesetzung? Was ist denn das? Ist doch totaler Humbug. So. Ah, Banane. Ja, 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 ja. Das, das, das und das und yes. Oh, nee, shit. Wie viel kann ich davon craften? Eins. Hast du reinzufällig Dings? Was ist Dings? Fiber. Ah, hätt ich. Ehrlich? Ja, hätt ich in der Tasche. Wir brauchen unbedingt Thatch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt gerade mit Ker, äh, wie heißt der? Kerra? Kerra. 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 Ja, es ist immer, ob es jetzt mit Cera, Kerra oder sonst wie ausgesprochen wird. Immer noch Cera. Ja, ja, es ist immer Cera. Cera, so war das. Ähm, was soll ich sagen? War ich gerade immer, eine Runde drehen, aber das, der macht so wenig Cera, das mache ich mit, mit meiner, äh, mit meiner Spitzachst, Spitzhacke. Wo ist denn Ingo? Der ist drüben auf der anderen Seite noch. Ach je. Weil ich form immer Cera mit, äh, Iguanodon. Ja, das ist besser, genau. Ich hab jetzt gar nicht dran gedacht, weil der ja auf der anderen Seite steht. Hätt ich ja nicht dran gedacht. Okay, das Dach steht. Wir können jetzt endlich züchten. So, jetzt muss ich hier noch so ein bisschen, ich hätte das, ich hätte es vielleicht doch noch gerade, äh, ein bisschen zentraler setzen können, ne? Ich hab, ich hab das noch ein bisschen verlängert. Eigentlich war das nur bis hier das Haus, also, so, dass es passend war. Dann hab ich gesagt, ach, ich verlängere es einfach noch ein bisschen das Haus, ein bisschen länger, dann können wir wenigstens noch in die, in die hinteren Ecken noch was parken. Ja, zentraler geht aber nicht. Ja, der hat immer den anderen Snap-Point, immer anders dann, Ich find's aber auch so nicht schlecht, find ich eigentlich. Soll es denn offen bleiben da oben? Ne, mach ich jetzt noch zu. Ich bin grad am, äh, Karaftering. Und ich hoffe, ne Tür kommt auch noch rein. Grad, äh, nein, nein, falsch, falsch, nein, nein, ich baue, nicht baue, nicht baue, nicht baue, nicht baue. Okay, äh, war das Falsche, das war's richtig. So, äh, äh, ich brauche ein Dreieck hier und ein Dreieck da. So, so, ich hatte, hatte die Türe doch schon gecraftet, du blöde Scheiße, äh, hier kannst du haben, raus mit der Scheiße. Eben, dass du das nicht abbrechen, äh, ähm, brechen. Abbrechen oder unterbrechen kannst. Äh. Guck mal, hast du gesehen, wo die das hingebaut hat? Ach, du bist gar nicht mehr bei mir. Ne, ich bin hier. Du hast grad ein Diplo. Boah, da brauchst du echt, jetzt kommst du nicht hier hoch, weil ich kein Platz, weil ich so dick und schwer bin, oder was? Was, was, was ist das der vielleicht? Ne, der ist richtig gewesen. Okay, brauchen wir den nicht mehr. Versuchen wir's nochmal, Leute. Ich weiß nicht, wo der den hingesetzt hat, grad den Snappoint, aber der ist... Wenn man Pech hat, setzt er den einfach an der Decke oben. Der hat den ganz woanders hingesetzt, den sieht man nicht mal. Äh, scheißer hier. Okay. Hi. Hi. Machen wir's. Dafür haben wir ja die Kletterhaken, das ist immer ganz cool, mit den Kletterhaken. Jetzt geht's. Wo hat der den anderen denn da hingesetzt? ein Revenger Alpha, Level 28. Alpha 28, ja, haut rein. Haut rein. Ach, da muss ich auch eine Dreieck hinsetzen. äh, 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 Hä? Was muss denn da hin noch? Auch gar nichts mehr. Hm. Das war ein bisschen komisch. Gefällt's, gefällt jetzt nicht so wirklich. Hat er was, ein bisschen abgefahren, das? Hm. Mal gucken, ob ich das irgendwie doch noch trotzdem, ich weiß nicht, ob der snappen kann. Worum jetzt? Hm. Ich rede eher mit mir selber. Ich weiß nicht, ob der snappen kann, Ich glaube, der snappen nicht so. Ne. Guck mal. Doch. Nein, ey, warum's? Ich will das Game, ey. Er sagt mir, er snappt nach unten und dann baust du und dann hat er nach oben hin gesnappt. Mhm. Oh, lieber Jort, gebe uns Wasser. Klalalalalala. Das war auch der andere. Ich weiß es nie. Ich baue mal, über den Dreiecken baue ich immer zwei. Ich weiß nämlich nie, welchen ich brauche. Ah, das geht mir genauso. Oh, ich weiß es nie. Yes. Okay. Und, 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 und hat zugemacht. Sieht ein bisschen eigenartig aus, oben am Dach, finde ich. Hat seinen Charme. Ich find's eher, 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 oder ich mach das dann noch so. Ich könnte das hier noch, ich könnte das noch so machen. Ja, ich mach das, glaub ich, noch so. So. Dann hätt ich jetzt eine gar nicht bauen brauchen, aber ich mach's trotzdem. Nochmal. War das der oder der? Ich weiß es jetzt nicht. War das der hier? Nochmal. Welcher war das jetzt der? Ja. Okay. Und jetzt machen wir noch zwei Seelings. Seelings, äh, äh, Deons. Deons. Machen wir das wenigstens noch ein bisschen netter. So. Sieht, glaub ich, ein bisschen besser, besser, besser aus. Mhm. Ja. Sieht ein bisschen zwar trotzdem immer noch eigenartig aus, weil das alles so schief ist. Also schief, nicht zentral, aber ist okay. Muss ja nicht immer zentral sein. Nö. Kuckuck. So. Und da ist, äh, Möpse und du kannst das mal automatisch anmachen und Licht. Guck mal, wie schnell. Ich hab direkt einen Generator mitgebracht. Der heißt Möpse. Ich hab hier so, fällt das eigentlich nachher, äh, im Endeffekt, dass ich hier diese, diese kleine Einbuchtung gemacht habe, kann man die Tiere hier wunderbar reinstellen. Mhm. Stroh. Also hier bitte nicht dran zündeln. Wir könnten eigentlich mal die ganzen Revengers hier reinparken, oder? Was hältst du denn davon? Also nicht alle, vielleicht lassen wir zwei draußen hier so Lottie, Lottie Karotti und sowas. Butcher kann ja hier rein. So, hier. Piep, 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 piep. Wir könnten ja eigentlich heute in dieser Folge schon mit dem Poppen loslegen, ne? Könnte man machen. Problem ist, du musst dann halt dabei bleiben. Ja, ähm, ja. Wie lange war das nochmal mit dem Ravageur, ein, 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 Bibi Ravageur rein, ähm, zu? Naja, elf Minuten auf Metal Becker-Server. Ich weiß nicht, ob die Einstellungen hier gleich sind. Ich meine schon, weil ich glaube, der, der, der hat das von uns einfach übernommen. Ja, dann. Der hat ja den Server eingestellt bei Metal Becker, deswegen. Müssten es auch elf Minuten. Könnte das sein. Mainline, ja. So. Claw? 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 Claw ist der der 108er gewesen? Das neue, genau. Aha, okay. Da ist Rudi und Blut. Also ganz ehrlich, ich, ich würde gerne Blut ist Mainline, ja, und Lottie Garotte ist Weiblein, zwar perfekt, Blut und, und Lottie Garotte würde ich gerne mal zusammenpappeln lassen, weil Blut wegen dem Grau und Lottie Garotte wegen dem Orange. Und ich wollte Claw und Darkness machen. Claw und Darkness ist, Darkness, wie sieht der aus? Ziemlich dunkel, glaube ich, ne? Mhm. Deswegen heißt er so. Hast du den hier noch rübergebracht, den, äh, an Kühle extra? Ja, der sollte da auch mit rein. Na komm, dann ziehen wir den noch mit rein. Aber mir ist aufgefallen, der ist gar kein Sattel. Nee. Aber der sieht auch schick aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist kein, kein hässlicher. Ich finde diese, diese Stachel, die er unter seinem Kinn hat, das sieht immer so cool aus. Ah, mir fällt gerade auch, weißt du, was dir noch fehlt? What? Ähm, food that rock. Ja, ja, ja. Ich kann leider keinen Ankylosattel machen. Wir könnten, müsste ihn dann... Willst du da nicht auch Türen machen? Ja. Ja. Muss zwar nicht. Am Kühlosattel kann ich machen. Ja, ist aber besser, falls das da nicht irgendein Tier reinläuft. Da läuft nix rein. Ganz ehrlich. Da passt. Nicht mal der Käfer passt da durch die Tür. Der, der, der Dung-Biedel. Bi, 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 bi. auch mal wie schön sauber jetzt hier aufgeräumt das ist ja fast 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 unerkennbar warum man den futterdruck hinstellen das kannst du dir eigentlich ausrufen würde möchtest ist eigentlich wurst pot wie deckel so und so was mit der katz mit einem kätzchen gespielt wenn es sich endlich beruhigt hatte warum hast du im hinteren gehabt oder was ach keine ahnung was der manchmal voranfall hat und das müsste man hier noch ein paar bärchen reinlegen also zera die ganzen pflanzen nicht in der nähe von dem gebäude abgast sonst erstmal sieht es sonst zu nackt aus und zweitens hast du dann sonst kommt die niemals nie mehr nach zum beispiel die pilze oder sowas ich weiß nicht wie das mit dem nachspawn der ressourcen den bei uns auf dem server eingestellt ist dann sitzen müssen wir das mal ganz kurz irgendwie auf null setzen dass alles dann wieder auf poppt alles auch in die häuser ist von riesengroße sauerei aber du hast da wenigstens so ein pilz ganz ganz nah oder so ein baum ganz nah an deinem haus ich bin schon bei metalbäcker auf dem server auf dass du da poppt oder was dass die ganzen ressourcen wieder kommen also die sind die sind ja bei dir wirklich im haus drin aber das verstehe ich auch nicht das dürfte eigentlich nicht sein weil das nicht auf dem mittelbäcker so so eingestellt ist also ich fange jetzt an zwei zu züchten mach das ich komme rüber bringe ich mal fleisch mit was den futter napfing geballert da hast du hingestellt selbst nämlich auch hingestellt solche fleisch mitgebracht haben sie was vor mann verlieren drin auch oder ist auch die den track mitgebracht wir machen mal ab moderation cooperation in the nation däumchen hoch wenn es euch gefallen hat und nochmal so kleine information für die leute da draußen die vielleicht mal ihren eigenen server haben möchten nicht irgendwie privat auf 200 meter eingeschränkt zu sein oder auf irgendwelche anderen server die immer runtergefahren werden spielen wenn ihr euren eigenen haben möchtet guck mal die video beschreibung unten drunter gibt es eine links zu g portal ritte direkt fünf prozent auf unseren server bis denn und dann und tschüss und tschüss ritte direkt fünf prozent auf unseren sicherer wettbewerb mit einem